Willst du doch noch ein Lied? Na gut, jetzt noch mal ein Aschenbettel. Singst du mit? Der Tag wird kommen, wo die Berge sich bewegen. Sie schlafen nur für eine kurze Zeit. In der Vergangenheit haben sie sich erhoben und man sah sie brennen, viele Meilen weit. Doch vielleicht wird daran noch niemand glauben, doch es gibt eins, woran sie glauben sollten. Die Frauen, die jetzt schlafen, werden bald erwachen und dahin gehen, wohin sie immer wollten. Kannst du den Fluss unter dir hören, wie sich sein Wasser durch die Schluchten gräbt? Hörst du, wie langsam die Steine zerbrechen und der Fluss den Sand aus den Tälern trägt? Doch vielleicht wird das noch niemand hören, doch es gibt eins, was sie hören werden. Wenn die Wasser, die Felsen niederreißen und die Schluchten weichen vor den neuen Gärten. Der Tag wird kommen, wo die Berge sich bewegen. Sie schlafen nur für eine kurze Zeit. In der Vergangenheit haben sie sich erhoben und man sah sie brennen, viele Meilen weit. Doch vielleicht wird daran noch niemand glauben, doch es gibt eins, woran sie glauben sollten. Die Frauen, die jetzt schlafen, werden bald erwachen und dahin gehen, wohin sie immer wollten. Sie schlafen die Jonathanin fest,